Uwe Pfeffer Uwe Pfeffer Uwe Pfeffer Das ist schon amüsant Mann, das ist auch eine unwirkliche Gegend hier Siehst du heute, weil das Wetter nicht so gut ist, sieht man die Alpen nicht so... Ich dachte, das... Da kannst du heute ewig Fotos machen mit deinem... Uwe Pfeffer Uwe Pfeffer Uwe Pfeffer Uwe Pfeffer K739 Was heißt K? Wir haben auch ein K Bei uns im Dorf 2.0 2.0 Ehrlich, ganz scheiße Kreisstraße wahrscheinlich, scheiß das 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3 3 4 5 6